Hallo und herzlich willkommen zu diesem Anleitungsvideo. Hier soll es um die Gestaltung der Mindmap gehen. Die einfachste Gestaltung lässt sich noch realisieren über das Kontextmenü, rechte Maustaste. Hier gibt es sogenannte Knotenstile. Ich kann also hier zum Beispiel den Wurzelknoten direkt entsprechend gestalten. Dazu habe ich natürlich auch die Möglichkeit hier oben noch die Schriftart innerhalb des Wurzelknotens zu gestalten. Hier haben wir auch die Templates, also die Vorlagen für die Wurzelknoten. Wenn ich hier einen Wurzelknoten einfach nur mal anklicke, dann wird der entsprechend zusammengefasst. Das funktioniert auch mit der Leertaste. Mal ausprobieren. Mit der Leertaste kann man den Knoten auf und zu machen. Bei gedrückter Umschalttaste, also Großbuchstabentaste, kann man mehrere Knoten markieren. Und dann kann man ihnen natürlich insgesamt gleich gemeinsam ein entsprechendes Format zuweisen, eine entsprechende Vorlage zuweisen. Auf diese Art und Weise lässt sich das Ganze also sehr schön gestalten. Müssen wir schauen, warum jetzt hier. Gut. Will ich jetzt das hier noch ein bisschen verändern, zum Beispiel Doppelklick, halte ich die Umschalttaste gedrückt, die Großbuchstabentaste gedrückt, während ich die Taste Enter drücke. Dann kann ich auch mehrzeilige Knoten erzeugen. Sehen wir jetzt hier, ist jetzt noch nicht der große Bringer. Mit Alt Enter kann ich den Editor öffnen. Vielleicht schreibt ihr euch das ja mal auf. Markiere den gesamten Text und zentriere den. Dann wird da auch ein Knoten entsprechend zentral dargestellt. Ja. Damit ist unsere Mindmap schon recht ordentlich. Für diejenigen, die sich wundern, was das hier soll, mit diesen Wolken kann man also Knoten entsprechend hervorheben. Natürlich lässt sich über die rechte Maustaste auch alles noch entsprechend weiter formatieren, weiter gestalten. Ich wähle mal hier die Eingabe aus, rechte Maustaste. Ich kann den Knoten jetzt verlinken. Aber interessant wäre jetzt also hier zum Beispiel über das Formatmenü eine andere Linienform mal zu wählen. Gerade und spitz. Oder eine andere Linienbreite. Damit das auch entsprechend sichtbar wird. Natürlich eine andere Linienfarbe ist möglich. Eine automatische Linienfarbe, das ist schon eingestellt. Ja. Man kann hier die Knotenbreite begrenzen. Dann würde der also automatisch einen Umbruch durchführen. Knotenstile, woanders hinkopieren, wenn man selber einen Knoten gestaltet hat. Und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten der Gestaltung sind also sehr vielfältig. Wenn ich das schön ausgewählt habe hier, dann machen wir doch mal ein Symbol hinein. Das Symbol, sollte man es also reingemacht haben, kann man hier oben wieder entfernen. Dann lösche erstes, lösche letztes Symbol, lösche alle Symbole. Immer schön lesen, die Tooltips. Natürlich geht es weiter mit der Gestaltung. Aber das wird dann einem anderen Video vorbehalten sein. Ich verweise hier nur noch einmal darauf, dass zum Beispiel eben auch die Gestaltung sinnvoll erfolgen sollte. Ich kann also die Cloud hier ein- und einschalten, die Wolke sinnvoll gestalten sollte. Denn sie soll nicht der Gestaltung wegen stattfinden. Und jeder Knoten muss anders aussehen. Sondern sie soll uns Zusammenhänge aufzeigen. Die Gestaltung soll uns helfen, einen schnellen, guten Überblick zu erhalten. Und hier nochmal natürlich auch die Möglichkeit, dann die Knoten entsprechend von Hand zu bewegen. Was ja wie gesagt, über Bearbeiten, Position, Zurücksetzen, auch zurückgemacht werden kann. Einen freien Knoten einzufügen. Da gehen wir auf Bearbeiten, Knoten, freier Knoten. Der sieht dann so aus. Auch der hat so ein Oval, mit dem man den verschieben kann an irgendeine Stelle. Hier kann man dann eingeben, zum Beispiel, Creative Comment License. Und kann dann natürlich sein Copyright vergeben. Jetzt habe ich Escape gedrückt, das war natürlich verkehrt. F2 zur Bearbeitung. Und abschließend mit der Enter-Taste. Ja, natürlich kann man auf diese Art und Weise dem Ganzen auch noch eine schöne Überschrift geben. Man könnte Bilder integrieren, aber wie gesagt, in weiteren Videos wird das Thema erst behandelt. Weil hier bleiben wir noch ziemlich stark an den Grundlagen. Viel Spaß beim Ausprobieren.